Das war geplant. Das war natürlich geplant. Machst du an? Das andere müssen wir auch nochmal anmachen. Da musst du gedrückt halten. Ah, da kommen welche. Oh mein Gott. Irgendwo ist da ein Fuckvieh. Oh, ich bin schon wieder im Arsch hier. Am Boden? Achso. Shit, man. Der haut mich. Der haut mich. Was? Ich war doch da. Ich hab dir doch... Oh, hast dir wieder nicht geholfen. Junge, ich war da, man. Hast mich schon mal drauf geschossen, gezogen. Ja, jetzt komm, ja. Ja, komm, jetzt machen wir das mal ein bisschen fix. Ich drück das runter und du musst da jetzt gedrückt halten, bis das voll abgeht, das Teil. Okay. Du meinst, bis das so richtig, äh... Ja, bis das so voller Stromnetz rauskommt, ey. Was? Ich drück doch. Entschuldigung. Boah, warum lauf ich denn dabei immer? Verarsche mich oder was? Ah, okay. Du drück halten, du drück halten, du drück halten, du drück halten. Ja, mach ich, mach ich. So. Alter, wo ist das Teil, man? Unter mir. Boah, ich geh kaputt. Warum regne ich denn immer drauf? Was ist denn der Scheiß? Ach, ey. Was ist hier los, Mann? Muss nachlammern. Ja, tut mir leid. Mach mir so, du drückst runter, ich, äh... Ach, ich, ach, schön, dass man sich... Ach, schön, gut. Schön zu wissen, wie ich mich rolle. Ja. Dann drück mal runter. Ja, bitte. So, komm zu mir. Alter. Komm, 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 komm. Ich muss nachladen. Okay. Ich muss nachladen wieder. Ist da, Mann. Jaaa, perfekt. Wir müssen zusammenbleiben. Da ist noch was, ich muss noch was mitnehmen. Hey, geile Rollen. Okay. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wir nehmen den zuerst hin, da hinten, weil der weites weg ist. Ist das nicht wurscht? Nee. Nee, weiß ich nicht. Okay. Drück mal runter. Oh, oh nein! Ah, lass los! Ja, schieß das mal auf den Stromverteiler. Muss doch sein, so muss doch. Gas gibt Gas! Und Stromnetz ist auch gebaut. Guck dann, da kommen Monsters jetzt. Irgendwo muss... eigentlich... Ja, deswegen will ich ja schon mal, dass wir hier lang... Bis zu 1. Wie kommen wir schon wieder lang? Die Mistfieger. Ähm... Naja, gut. Ich steck mich runter, ne? Ja. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist ja eigentlich ein Elektromotor, ne? Komm jetzt! Warte, warte! Ah! Hilfe! Hilfe hoch! Ah, drücken! Hilfe! Ey, der nimmt mich voll mit! Wir müssen weiter weg! Wir dürfen nicht sofort da reinrennen! Ich wollte eigentlich, äh, zu diesem Kommando-Teil hier. Aber ja. Schalalalala! Oh, fuck, Alter. Du stehst ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Ja, aber... Hilfe! Mooooooon! Du musst mir auch aufhelfen, wenn ich... um hier frisch rein. Ja, aber ich... Ich kann ja nicht bei Slides, ich kann ja nicht die Leute ja schießen und die aufhelfen. Ich kann ja nicht... Ich muss das nicht die Leute. Fürst einset! ah, nimm mir, nimm mir Ja, ich bin dumb Okay, was dachte denn ich, dass das ja zu fix geht? Heil dich. Hab ich. Hier ist noch ein Halbleiter. Hast du ihn mitgenommen? Ja, ich glaub ja. So. In einer halben Stunde für irgendwas hier verbrauchen. Hast du hier, du spielst blind. Moment. Muss ich mal nachladen. Dann mach das mal. Gemacht. Da ist irgendwas. Okay. Ich glaub, das ist noch erst beim dritten. Das hört sich so gruselig an. So, okay. Das ist einer, die eine Richtung... Soll jetzt aufpassen. Lass du... Guck du die eine Richtung, ich guck die andere. Das kommt noch von dir, welche. Hö. Äh, mehr nicht. Das ist rot. Es sind Stressweh und jetzt... Ich glaub, hier muss man dritten, ne? Ja. So. Guck. Also siehst du das? Kleine Fien neben uns. Hey, wir haben sagt. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Frozen Log, sie bleiben hier. Isaac Harber, wir treffen uns an der Tür. Au. Alles klar. Da oben. Okay. Pass auf, da ist noch eins. Irgendwo. Oder auch nicht. Es ist schon hell hier. Ach, ja, ich wollte jetzt kommen, kann man auch mit der Stase aufgeben. Nein, das ist wie Kassel. Ach, hier geht es nicht weiter. Ich... Ich nix wie sehen. Ich nix weiter hier. Ich, äh, Vladimir. Hier? In Bearbeitung, das läuft noch mit Windows XP. So. So. Ey, wenn das... Bestimmt kommen wir jetzt hier voll geworden an, weil das noch in Bearbeitung ist. Wenn ich so weit lege. Komm, ist offen? Ja. Okay. Boah, ey. Ach, scheiße, du hast... Ich will auch... Goddam. Sexy, ne? Ja. Aber es wird dem Teil auch Granaten, ne? Soll ich mal eine schießen? Das ist ein Überlebender, ne? Ey, du schießt doch kein Überleb... Komm mal! Du hast es gefunden. Ja, 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 ja. Die hat keine Augen, man. Das ist blind. Ja, aber die hat zumindest... Ich hab ihn gefunden. Ist er das? Äh, ja. Das, äh, ist er. Das, äh, ist er. Das ist ein Vergnügen. Austin Backel, Marco Hobbs. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grimms. Wenn Sie wirklich das Marcus Glück dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Das habe ich eine Wahl gehabt hätte. Sie hat nette Referenzen. Ich wollte nichts sagen, aber... Ich hab's gesehen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Marker-Symbolen geschaffen. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlasst Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Backel, du... Da steh ich da hinten. Hi. Ich hab jetzt nicht zugehört, ich hab nur Möpsel verstanden. Und Popo. Möpsel und Popo. Da, da kannst du dir dein Dings holen. Ach, sehr schön. Spitze. Wir sind schon Kapitel 4. Neue Platini gefahren. Oh, Feuerrate. Okay, ich bin so... Äh, Feuerrate. Waffen-Upgrades. Plasma-Karte. So, ne, das ist ja jetzt schon mal... Feuerratemzug. Muss ja hier in den Safe. Objekte herrschen Safe. Ja, ich schätze, schwere Standard einer Lingerung mit Strahlenkanone. Schwere Literatoren-Tester mit Strahlenkanone. Ist das die Strahlenkanone, oder was ist das? Ich weiß nicht, ich nehm das jetzt einfach mal mit. So. Ich hab keinen Cutter mehr. Wo ist mein Cutter hin, Verarsche? Im Inventar. Ne. Ach, jetzt... Mann. Hast du ihn gefunden? Nein, ich... 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 auch immer aus Versehen. Dreh dich mal um hier. Ich bin mal schon wohlzauern. Plasmatenbekommen. Ähm... Das ist aber schnicke. Das ist echt schnicke. Ja, aber, ähm... In den Rechenwaffenschlot in den linken. Ups. Okay. Ja, ja. Schwere Literatoren-Tester-Strahlen mit Strahlenkanone. Naja, aber wenn du da jetzt, ähm... Diesen schweren Rahmen an deinem Plasma-Cutter raus, dann bringt dir das nichts. Weil der für zwei Handwaffen ist. Dann seh ich wer soweit. Ja, aber du kannst ja... Du kannst ja switchen. Ähm, der Plasma-Cutter ist eine Einhandwaffe. Nein, ich meine, den Waffenslot kannst du doch wechseln. Eins, zwei, drei, vier. Und so. Es gibt nur ein und zwei. Also ich hab nur zwei Waffenslots. War das nicht, dass du vierst? Ne, bis jetzt nicht. Der kommt das noch dazu. Ne, hast recht. Ach! Herrgott! Als wenn ich auf das Ding hier... So... Ach, ich lass das erst mal so. Können wir weiter? Ja, können wir. Ja. Guck mal, was unsere Mission ist. Guckst du dir das mal an? Ich mach mir mal in der Zeit ein bisschen was hier ein. Ähm... Mission. Bisschen wir jetzt zurück. Boah, das ist J, ne? Äh... Älis Suche brachte sie... Ja, wir müssen zurück. Ich dachte, ich... Ich stich das mal vor. Ach so, dann liest's mal. Ziele, die nachhaltige Quartier des Admirals dechiffrieren? Baaah... Älis Suche brachte sie jetzt in diesem verlassenen Schiff irgendwo um irgendwo. Sie behauptet, der Admiral habe das über die Malka und die Nekromaus herausgefunden. Sie kann ihre Nachrichten allerdings nicht entziffern. Ich bezweifle, es ist zwar, aber vielleicht verstehe ich ja, was der Admiral sagen wollte. Also, wir sind eine Nachricht, die ich schriftieren. Alles Fuhix, Mann. Das ist jetzt auf dem Eisplanetenwagen noch nicht so viel los. Norden. Ist das so ein Security-Programm, also? Norden-Commander. Gab's mal irgendwann. Unter DOS noch. So alt bin ich schon noch, dass ich das weiß. Nein, ey. Kannst du keinem erzählen. Das hab ich auch, Alter. Lad deine Waffen auf, Alter. Aufladen. Ich hab ne andere... Ich hab nen anderen Aussatz als du. Ich hab nicht so'n Energie-Ding, ich hab eher so'n, 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 so'n Granatenwerfer oder sowas. Hör drauf. Jetzt muss ich nachladen. Jetzt muss ich nachladen. Alter. Ah, da haben wir erwischt. Pass auf, das Teil macht Ärger. Ähm... Ekelhaft, Mann. Ist ja echt schleimig. Ist ja echt schleimig. Da kommen wir nicht durch. Roll dich mal rüber. Mal rüberklappt. Vielleicht andere Richtung? Müssen wir nicht hüppen? Bei der Marzee? Geht nicht. Ja, scheiße. Und jetzt? Jetzt stehen wir hier fest. Ach, hier ist doch bestimmt wieder mit dem Ding in hier. Soll ich mal runter? Äh, mach mal. Ja. Hast du nachgeladen deine Waffe? Ja, hab ich. Gut. Falsch. Dann hau runter. Ja, auf einmal verschnittert. Ja. Oh. Oh. Ah, komm. Ah, schuldig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mal kurz gucken. Ey, ich versteh grad nicht, wenn du Solo-Kampagnier machst, ne? Nein, irgendwas sagst du schon anders gemacht. Meinst du? Ja. Ich mein, muss ja. Im Endeffekt. Im Endeffekt. Oh, mein Gott. 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 Das ist schon schön, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ich werd angegriffen hier, was ist das? Scheiße! Geht beruf! Der hat dich fast umgebracht, Mann. Ich weiß, ich muss mal was nehmen. Gib dir Leben, schnell! Boah, das war alles knapp. Der hat seine fetten Krallen in mich reingerahmt. Boah, ich hab's gesehen. Ist frei? Ja, ne? Ja. Ja, jetzt kommt's langsam wieder. Boah, die Stromkosten will ich aber auch nicht bezahlen, ne? Ja, ich wollte, weil es kosten wird. Jan, du weißt bestimmt, was jetzt kommt? Äh, ein Cut? Cut. Dann mach mir den Cut hier, das ist nämlich sexy. Sexy? Komm, ich komm rüber. Weil du den Part vorhin hier angefangen hast, dann... Gut. Leider, sexy häxy. Tut mir leid, wenn der Part ein bisschen langatmig war. Vor allem, weil ich mit der Waffe nicht ganz klar gekommen bin. Aber ich glaub, es klappt nicht. Es wird langsam. Es wird langsam. Hot there, Ryan, bis nächstes Mal. Tschöööö. Wolltest du irgendwie noch was machen? Ja, ich wollte noch ein bisschen aufnehmen. doch nicht mal klar auf den Schaden aber was ist doch irgendwie um Nel Harald S-Mail mit dem Tomahllo als er klar die App im Scheißanzug an Prozent wir sind jetzt bis drei keine Waffen ich finde diese Streinwaffe ist ein bisschen scheiße die brauchen zu lange zum Aufladen und jetzt geht's hier wieder runter jetzt geht doch noch runter hier man muss halt wissen wie dann funktioniert alles, das ist genauso wie Mitte Frauen wenn die richtigen Schalterdrucks hast du gewonnen wisse alter wenn du die richtigen Sender einstellst dann läuft das Programm um und die Musik spielt es ist jetzt hier wieder die Zukunft erzahlt Auguste aber erst mal gucken ob wir schießen können Arne und einer muss auch langsamer machen das ist so ja und jetzt muss man hüpfen einheitlich erhältlich dass er das erledigt U die Gastmann da nur gut und stimmig aufhalten kann man die nicht komm hier hermann ich will das einsammeln hier ja dann sammeln und wieder auf dem Boden das hat doch gut funktioniert für die Augen mal kurz nachladen nachladen immer gut immer so gut gehen wir gut Munition und Medikationen es ist immer gut heute macht er auch der Ehe aber gut gut geteilt und ich habe ich für mich wissen schön viel Medi Packs ich habe jetzt noch Medi Packs Prozent und große ist 1 2 3 4 bis die Munitionsclip 5 Fünf kleine und Munition habe ich auch noch genug. Ich finde, die Stay-Specs sind ein bisschen unnötig, oder? Bis jetzt. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Weil so viel brauchen wir davon ja gar nicht. Ja, wie gesagt, bis jetzt. Ich weiß ja nicht, was kommt noch. Aber guck mal, die Munitions-Tipps, die sind mit allen Waffen kompatibel. Du musst nicht mehr einzelne Munitions-Arten sammeln. Die haben dazugelernt, die Leute. Hoch oder runter? Jesus, komm hoch, ja. Hoch, hoch. Ja, wo haben wir gerade gefragt, hoch oder runter? Da habe ich gerade nichts zu gesehen. Ey, du blockierst Platz. Partner braucht mehr Platz. Ja, Mann. Oh, oh, oh. Und ich finde zu langsam, es ist wie der Typ fett aus wie ein Schild. Oh, oh, geh mit da, geh mit da, geh mit da. Der ist richtig platt. Der ist richtig platt. Nochmal schön zertreten. Ah, okay. Gut, tut dies. Wo müssen wir lang? Kurz gucken. Ach so, was ist eigentlich mit Missionstechnisch? Schauen wir mal kurz zu sagen. Wir müssen übrigens hier lang. Komm rüber hier. Missionstechnisch? Ja, ich will mal kurz zu zeigen. Warte. Äh, Alice Suche brachte sie jetzt in diesem verlassenen Schiff. Ach, das hast du doch schon im letzten Part vorgelesen. Ja, aber im letzten Part. Wir müssen irgendeine Nachricht, die Schiff, die frischen. Aber die musst du jetzt nicht mal vorlesen, oder? Die frischen. Ach. Entschlüssel. Dann entschlüsseln, Mann. Wir müssen die Markerschrift entschlüsseln. Die frischieren, ne? Heißt das so? Oh, guck mal. Der geht wieder auf. Guck mal. Da, Na. Windows 98. Das ist Windows 20. 18. Ich kann die Office philosophisch sagen. Und jetzt? Und da? Zu dem einen. Okay. Ist ja wie ein bisschen wie wie Puzzle, oder? Hehehe. Das ist jetzt ein schwerer Code, oder? Also, ich fand das jetzt nicht so... Da kriegt nicht jeder hin? Ich fand das jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Nein, 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 kriegt nicht jeder hin. Ja, wenn Leute eine halbe Gehirnhälfte nicht haben, aber... Ich dachte, ich schieße einfach mal. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken.